Wenn Sie noch niemals mit Jupyter Notebooks zu tun hatten, dann ist das Ihr Video. In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert. Wir gucken uns das Nutzerinterface an, dann verschiedene Zellentypen, insbesondere Markdown-Zellen, Code-Zellen, Ausgabe-Zellen. Ein bisschen zeige ich Ihnen was zum Thema Datenvisualisierung. Das ist einer der Gründe, warum Jupyter Notebooks so populär geworden sind. Und dann ganz am Schluss noch ein bisschen was zum Program-State, zum Status, zum Zustand eines Programms. Das ist ein bisschen irreführend, wenn Sie aus der normalen Programmierung, sage ich mal, kommen. Normalerweise entwickelt man Programme ja in Entwicklungsumgebungen. Und das ist doch ein bisschen anders im Jupyter Notebook. Da muss man ein bisschen umlernen, so wie das hier funktioniert. Ich gehe davon aus, dass Sie Jupyter bereits erfolgreich installiert haben. Ich kann auch noch einen Link dazu posten unter dem Video. Das geht mit PIP, dem Python-Paketmanager, relativ einfach. Und ich gehe davon aus, dass Sie den Jupyter Variable Inspector installiert haben. Das ist ein kleines, hilfreiches Tool. Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir den Program-State angucken, warum das wichtig ist. Mein Name ist Jens Dittrich. Ich bin von der Universität des Saarlandes. Und dieses Notebook können Sie runterladen von unserer GitHub-Seite. Also, legen wir mal los. Was ist denn Jupyter? Jupyter ist eine tolle Mischung aus Markdown und Code. Und die wesentliche Idee ist, so ein Notebook, das ist eine Sequenz von Zellen. Und eine Zelle kann jetzt einen bestimmten Typ haben. Entweder Code oder Markdown. Es gibt noch andere, aber die gucken wir nicht an. Wir gucken nur Code- und Markdown-Zellen an. Markdown-Zellen sehen so aus. Das hier sind Beispiele für Markdown-Zellen. Das hier sind alles Markdown-Zellen. Sie sehen schon, das ist hier formatierter Text. Hier sehen Sie, das ist fett gedruckt. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick hier drauf mache, sehen Sie, das ist der Source-Code, der Text, das eigentliche Markdown, was hier geschrieben wurde. Wenn ich das jetzt rendern will, also in eine grafische Darstellung formatieren will, dann drücke ich einfach Shift-Return. Und dann wird dieser Text, der dieser Zelle zugrunde liegt, gerendert, als Markdown und grafisch dargestellt. Hier genauso bei dieser Überschrift. Hier habe ich die Konvention mit den Hash-Symbolen benutzt. Das ist eine Überschrift der Stufe 4. Shift-Return und das wird grafisch gerendert. Hier sehen Sie eine Code-Zelle. Das erkennt man schon daran. Hier steht dieses in und dann eckige Klammern. Hier steht jetzt Python-Code, eine Zeile Python-Code, ein einfaches Print-Statement. Und das kann ich genauso ausführen wie jede andere Zelle, indem ich Shift-Return drücke. Und dann wird die Ausgabe hier direkt hinter der Zelle angefügt. Warum 42? Was passiert, wenn ich hier noch andere Werte hinschreiben würde? Ich könnte auch schreiben 2 mal i noch davor. Da wird trotzdem 42 ausgegeben. Also Sie sehen, was hier passiert ist, hier wird immer nur der letzte Ausdruck als Ausgabe interpretiert. Das heißt, wenn Sie hier irgendwas ausgeben wollen, wenn Sie zusätzlich ausgeben wollen, was 2 mal i ist, dann müssen Sie da ein Print inschreiben. Und dann kriegen Sie das hier oben angezeigt als normale Print-Ausgabe. Aber der Rückgabewert hier ist 3 mal i. Okay? Das ist eine Konvention in Jupiter. Und hier ist nochmal ein anderes Beispiel, eine einfache Zuweisung. x ist gleich 42. Dann habe ich hier den Ausdruck x mal 2 hingeschrieben. Das hat jetzt aber keinen Effekt an der Stelle. Wenn ich mal x mal 3 schreibe ich mal, um nochmal einen Unterschied zu zeigen, wenn ich das ausführe, dann kriege ich als Ausgabe 168. Wo kommt die her? Die kommt hier von diesem Print-Statement. x mal 4. Und dann steht in der letzten Zeile x mal 2. Und das ist natürlich 84. Und das x mal 2, das wird hier als Ausgabe genommen. x mal 3 taucht überhaupt nicht auf. Das hat überhaupt keinen Effekt, ob ich das hier hinschreibe oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Hier sehen Sie schon, ich habe hier die Python-Notation benutzt des Hash-Symbols. Hash-Symbol heißt immer, es ist eine Kommentarzeile, wird komplett ignoriert, wie in jedem normalen Python-Script auch. Und das kann ich natürlich hier auch nutzen. Das sind Code-Zellen, das sind Markdown-Zellen. Ich kann hier die Ausgabe auch noch kleinklicken, einmal Doppelklick. Dann habe ich die Ausgabe hier verkürzt dargestellt. Das ist manchmal sinnvoll, um bessere Übersicht zu haben im Notebook. Was auch geht, ist LaTeX-Notation. Eine Teilmenge von LaTeX ist erlaubt. Das kann ich machen, indem ich so eine Markdown-Zelle einfach 2-Dollar-Symbole hinschreibe, dann den LaTeX-Code und dann wieder 2-Dollar-Symbole zum Schließen. Shift-Return. Und dann habe ich hier mein Summenzeichen dargestellt innerhalb der Webseite. Ich kann natürlich auch Bilder einbetten. Wenn Sie hier einen Doppelklick drauf machen, sehen Sie, aha, das sieht folgendermaßen aus. Das ist HTML-Syntax. Die Frage ist, wie kriege ich so ein Bild in die Webseite überhaupt rein? Machen wir das mal kurz. Also ich mache jetzt eine neue Zelle brauche ich jetzt hier an dieser Stelle. Wie mache ich das? Ich drücke einmal hier auf dieses Plus-Symbol. Das erzeugt eine neue Zelle unterhalb der markierten Zelle. Jetzt habe ich eine neue Code-Zelle. Sehen Sie schon. Wir hatten bereits oben gesagt, man kann den Zelltyp ändern. Gehen wir nochmal hoch. Hier stand das, geschrieben. Also wir können den Zelltyp ändern, entweder durch diesen Shortcut Escape plus M zum Markdown oder wir gehen hier ins Menü zu Zell, Zelltype Markdown. Dann wird der Typ der aktuellen Zelle geändert. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke hier. Zell, Zelltype Markdown. Dieses Inn verschwindet. Und jetzt kann ich hier einfach ein Bild reinziehen. Ich gehe mal hier zur Seite. Nehme irgendein Bild, zieh das hier rein. Es muss genau diese Box treffen. Dann wird das hier so gestrichelt markiert. Lasse los. Und dann sehen wir das, was wir eben auch schon gesehen haben in einer anderen Zelle. Dieses Bild wird jetzt direkt eingefügt in das Notebook. Ich kann Shift Return drücken und dann wird das direkt angezeigt, gerendert in dem Notebook. Und ich muss diese Bilddatei auch nicht mehr extra irgendwie mit dem Notebook ausliefern, sondern es ist jetzt wirklich Embedded, eingebettet in dieses Notebook. Das muss ich nächstes Mal machen. Okay. Mal zurück zu... Ja, dann noch ein bisschen was zur Datenvisualisierung. Das ist eigentlich eines der stärksten Features von Notebooks, insbesondere im Bereich Data Science. Immer, wenn man irgendwas visualisieren will an Daten, also ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, was der Code hier macht. Ich möchte nur mal kurz einen Ausblick darauf geben, wie einfach das ist. Also es gibt verschiedene Bibliotheken, die Sie importieren können. Die bekannteste ist Mudplotlib, wenn ich das jetzt mal ausführe. Hier sehen Sie, hier wird ein einfacher Barplot dargestellt. Also hier habe ich die Prozentzahl, dann habe ich hier Leute, die Python mögen und Leute, die keinen Geschmack haben. Einfach mal, um irgendwelche wilden Daten zu nehmen. Ja, das ist eine ganz einfache Visualisierung. Eine wunderschöne Bibliothek, um zu visualisieren, die ich Ihnen persönlich sehr ans Herz legen kann, ist aber Altair. Diese Bibliothek hat den Vorteil, dass man mit relativ kurzer Syntax sehr komplexe Visualisierungen erzeugen kann. Ich fülle das mal aus. Ich gehe gar nicht im Detail darauf ein, was hier gemacht wird. Also hier geht es um einen Datensatz. Also diese Bibliothek, die bietet ein paar vorgegebene Datensätze an und die lade ich mit diesem Statement. Und dann sage ich einfach, ich mache hier einen Chart. Ich sage, ich will das Ganze mit Kreisen darstellen. Also jeder Punkt in diesem Datensatz wird als Kreis dargestellt. Wie das im Detail funktioniert, will ich hier gar nicht erklären. Nur mal, um Ihnen Ausblick zu geben, wie einfach es ist, in Jupyter Notebooks Daten zu visualisieren. Also ich habe die Funktion, wenn Sie mit der Maus über den Punkt gehen, kriegen Sie sofort den Punkt angezeigt, die Daten, die da drunter liegen unter dem Punkt. Also wunderschön gemacht. Sie können ja auch reinzoomen in so einen Grafen, können ihn durch die Gegend ziehen. Sie können das Ding exportieren als PNG, das ist etwas gerastert. Oder als SVG, was Sie Ihnen empfehlen. Das ist eine Vektorgrafik. Das können Sie dann auch leicht für eine Bachelor- oder Masterarbeit verwenden. Also großartig gemacht. Ganz toll. Und das ist ein Thema für sich. Können Sie auf der Altair-Webseite gucken. Großartige Bibliothek. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Also Sie sehen, wie kurz hier die Definition ist des Graphen. Und was da rauskommt, ist, also was wir im Datensatz haben, sind hier drei Attribute oder Dimensionen, nennt man die auch. Einmal die Pferdestärke, dann die Beschleunigung und dann die Meilen pro Gallone. Und was Sie hier haben wollen, ist natürlich alle möglichen Kombinationen über diese Dimensionen. Also wir suchen alle Teilmengen der Größe 2 über die Menge der Größe 3. Und dann sehen Sie hier, kriegen Sie hier den Aufriss Horsepower Miles Per Gallon, Horsepower Acceleration, Horsepower, Horsepower macht wenig Sinn. Das ist klar. Da muss eine Linie rauskommen. Also alles, was hier in der Mitte ist, ist eine Linie. Und so weiter und so fort. Acceleration Miles Per Gallon und so weiter. Und das Ganze ist natürlich spiegelsymmetrisch über diese Achse. Das heißt, das hier ist der gleiche Graph wie hier, nur gespiegelt über die Achse und hier genauso. Aber letztendlich wollen Sie diese verschiedenen Aufrisse bekommen. Und was Sie hier schon geschenkt kriegen mit Altair ist, Sie können an einem ziehen und alle anderen werden in der Ansicht auch entsprechend verändert. Sie sind schon alle synchronisiert, dadurch, dass Sie sie zusammen erzeugt haben und durch dieses Statement Interactive. Also diese Visualisierungen sind ein Thema für sich. Das Ganze ist nun mal ein Ausblick darauf, wie genial das eigentlich ist mit Jupyter Notebooks, gerade wenn es darum geht, Daten zu visualisieren. Noch ein bisschen was zum Thema Programmzustand. Ich hatte es schon angedeutet. Also wir haben hier eine einfache Zuweisung. Y gleich 12. Ja, was heißt das jetzt? Y hat den Wert 12 bekommen. Was war mit X? X hat den Wert 42. Warum hat der X den Wert 42? Wir haben den Wert X oben schon mal benutzt und zugewiesen. Wenn wir hochscrollen, sehen wir hier, hier haben wir schon X zugewiesen. X hat den Wert 42 und das Notebook hat das nicht vergessen. Also das Notebook akkumuliert über die verschiedenen Ausführungen von Zellen die verschiedenen Zustände. Es ist nicht so, dass ich hier, wenn ich eine Zelle ausführe, dann der Zustand vergessen wird, sondern wird akkumuliert. Und das macht es manchmal etwas verwirrend, insbesondere weil diese Zellen in beliebigen Reihenfolgen ausgeführt werden können. Also wir machen das mal als Beispiel, was hier passieren kann. Sie könnten jetzt ja sagen, X ist X mal 2 als Beispiel. Ja, ich habe jetzt keine Ausgabe gemacht. Ich habe nur die Zuweisung gemacht, also schreibe ich hier nochmal X hin. Jetzt ist X auf einmal 168. Je öfter ich das ausführe, kommt immer ein anderer Wert raus. X wird hochgezählt. Ja, und typischerweise arbeitet man jetzt so mit den Notebooks, dass man natürlich, mal geht man auf eine Zelle oben, dann auf eine Zelle unten. Dieses Notebook wird nicht unbedingt strikt von oben nach unten ausgeführt. Sie können das selber entscheiden als Entwickler, welche Zelle sie als nächstes ausführen. Und gerade das führt zu Verwirrung. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel hochgehe, hier hatten wir schon mal eine andere Zelle und die sah ja ursprünglich so aus. Wenn ich hier X zuweise, ist alles gut, kein Problem, denn ich habe ja X neu zugewiesen. Aber stellen Sie sich vor, die Zelle sieht so aus. Sie haben X nicht neu zugewiesen. Was immer der Wert von X ist, der wird jetzt hier weiter benutzt. Also was immer X ist, wird jetzt hier benutzt. Und das ist schon die erste Frage, woher weiß ich jetzt den Wert von X? Ich führe es einfach mal aus. Jetzt kommt ja auf einmal 5376 raus, weil ich basierend auf dem Zustand, den ich unten berechnet habe im Notebook, jetzt diese Zelle ausführe. Und das ist die größte Federquelle in Notebooks, dass Sie irgendeinen komischen Zustand haben und dann ein unerwartetes Ergebnis bekommen. Da gibt es jetzt zwei Sachen, die dabei helfen. Das erste ist, der ist diesen Variable Inspektor. Dann habe ich hier, kann ich einschalten und dann kriege ich eine Übersicht meines aktuellen Zustandes. Also hier sind die Variablen und der aktuelle Zustand. Und hier kann ich jetzt sehen, oh, X ist gleich 1344. Da hatte ich doch eben was anderes. Vielleicht liegt es daran. Irgendwas ist da schiefgegangen. Also das gibt mir eine Möglichkeit, zu inspizieren, was für einen Zustand habe ich denn gerade akkumuliert in meinem Notebook und das kann sehr hilfreich sein. Das ist eine Möglichkeit, zu verstehen, was im Notebook passiert. Was Sie aber im Zweifel auch immer machen können und das empfehle ich dringend, ist, wenn Sie einen Fehler haben in Ihrem Notebook, das Erste, was Sie tun, ist, den Kernel neu zu starten. Kernel ist praktisch die drunterliegende, der Kernel ist die Instanz, die vom Jupyter-Server benutzt wird, um Ihr Python auszuführen. Und diese Instanz akkumuliert den Programmzustand. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir machen Restart and Clear Output. So, was passiert jetzt? Ich werde einmal gefragt, will ich das wirklich machen? Weil alle Variablen werden jetzt weggeschmissen. Ich mache Restart. Und jetzt sehen Sie im Variable Inspector, alle Variablen sind weg. Hier ist nichts mehr an Zustand vorhanden. Und Sie sehen auch, dass bei all diesen Code-Zellen nichts mehr hier steht, was signalisiert, das wurde von diesem Kernel noch nie ausgeführt. Der Kernel hat diese Code-Zelle noch nie ausgeführt. Also ich habe jetzt einen frischen Zustand, wie ich ihn auch bei einer Programmausführung in der Entwicklungsumgebung hätte. Und das heißt, ich kann jetzt sequentiell wieder durchgehen. Hier, das hat keinen Effekt auf den Zustand. Aber wenn ich das hier zum Beispiel mache, dann weiß ich, das ist wieder ein sauberer Zustand. Tja, was passiert hier? Hier muss es natürlich eine Fehlermeldung geben, weil x hier jetzt nicht definiert wurde. Eben hat das nur funktioniert, weil x schon definiert war. Und ganz am Anfang meines Videos hatte ich ja gezeigt, ich weise x gleich 42 zu und dann funktioniert das. Aber wenn ich x niemals zugewiesen habe, dann existiert der Wert nicht. Also machen wir es mal so. Und dann sehen Sie, x ist hier wieder mit 42 initialisiert und es funktioniert. Also das ist ein ganz wichtiges Werkzeug um dieses Neustarten des Kernels. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Sie können einfach einen Restart machen. Sie können die Ausgaben dabei löschen. Sie können auch sagen, ja, Kernel Neustarten und alles nochmal ausführen. Wunderbar. Wo wir gerade dabei sind, man kann auch einen anderen Kernel benutzen. Also ich habe jetzt für die Codezellen Python in der Version 3. Das sieht man auch hier oben. Das ist ein Kernel basierend auf Python 3. Wir haben aber auch in unserer Gruppe Notebooks, die auf SQL basieren. Also Sie können hier auch zum Beispiel SQL reinschreiben. Sie können da C++ reinschreiben. Alles mögliche, je nachdem. Sie können sich für eine Programmiersprache entscheiden. Und dann werden die Zellen anders interpretiert mit einem anderen Interpreter. Dafür braucht man typischerweise einen anderen Kernel. Aber im Moment machen wir nur Python. Ja, vielleicht noch kurz hier zu dem User Interface. Das ist selbsterklärend. Man braucht auch nur relativ wenige dieser Features. Also wie Sie es von anderen Applikationen auch kennen. Zum Entwickeln, wie gesagt, ist das hier sehr wichtig. Das hier hatten wir schon. Hier können Sie den Zellentyp umschalten, was wichtig ist. Sie können auch sagen, dass Sie bestimmte Zellen ausführen wollen. entweder alle oder alle über meine aktuellen Zelle oder alle drunter und so weiter und so fort. Also das ist relativ selbsterklärend. Das hatten wir auch schon. Das fügt eine Zelle hinzu, das löscht die aktuelle Zelle und so weiter und so fort. Das ist relativ selbsterklärend. Hier können Sie auch umschalten den Zellentyp, wenn Sie wollen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Also hier könnte ich jetzt sagen, nö, ich will Markdown oder ich will Code und so weiter. Ja, soviel zum Thema Programm Zustand. Also das ist das Wichtigste. Was Sie da beherzigen müssen. Immer wenn Sie einen Fehler haben in Ihrem Notebook erstmal Kernel, neu starten, alles von vorne ausführen, dann ist meistens der Fehler schon weg. Noch ganz kurz zu den sogenannten Magic Commands. Man kann, indem man in einer Codezelle mit diesem Prozentzeichen anfängt, kann man bestimmte Befehle hier benutzen. Also ich kann zum Beispiel hier Shell-Commandos benutzen, wenn ich jetzt hier Prozent LS mache, dann kriege ich zum Beispiel den Inhalt meines aktuellen Verzeichnisses angezeigt, in dem der Jupyter-Server gestartet wurde. Es gibt ja auch eine Schnellübersicht mit Befehlen, die dann hochgeht. Hier kann ich mir eine Liste der gültigen Befehle angucken. Hier kriege ich es wieder runter und so weiter und so fort. Das ist ein langes Thema. Gucken Sie mal hier auf die Links. Ich benutze die selber eigentlich nicht, diese Magic-Commands, aber das ist Geschmackssache. Also mehr als das, was ich Ihnen in diesem Video gezeigt habe zu Jupyter-Notebooks von der Bedienbarkeit brauchen Sie eigentlich nicht. Deswegen machen wir jetzt im nächsten Video direkt weiter mit den Grundlagen von Python.